Herzlich Willkommen bei Hand und Fuß in Bad Vilbel nahe Frankfurt am Main, Ihrem mobilen Nagelstudio inklusive medizinischer Fußpflege. Ob handgemalt, gestempelt oder klassisch weiß, jeder Nagel ist ein Unikat. Auf Wunsch mit Motiven von One Stroke bis Acrylblumen und Schmetterling. Für farbig verspielte Nägel greife ich auf verschiedene Thermogele zurück. Oder wollen Sie mit Ihren Nägeln lieber die Dunkelheit zum Leuchten bringen? Gepflegte Fingernägel gehören selbstverständlich zur Gesamterscheinung der modernen und schönheitsbewussten Frau. Gerne unterstütze ich Sie dabei. Außerdem bin ich für Sie auch als medizinische Fußpflegerin unterwegs und pflege und behandle Ihre Füße bequem bei Ihnen zu Hause. Lassen Sie sich von mir verwöhnen und entfliehen Sie für einen Augenblick dem Alltag. Ihre Nägel werden es Ihnen danken. Ich freue mich schon auf Sie.